Leos Less Overspray System Das Storch Airless System für nebelarme Fassadenbeschichtung Arbeiten Sie bei Fassadenbeschichtungen immer noch herkömmlich mit der Farbwalze? Dann müssen auch Sie Farbeimer zeitaufwendig und mühsam auf das Gerüst transportieren, die Walze immer wieder zeitaufwendig mit Farbe tränken, bei Raumuntergrund für die optimale Deckung vielfach nacharbeiten. Insgesamt ist die Fassadenbeschichtung mit der Farbwalze mühsam und verursacht hohe Lohnkosten. Warum kein Airless Gerät für diese Arbeit einsetzen? Die Angst vor unkontrolliertem Farbnebel, der dann auch noch vom Wind hunderte von Metern weit getragen wird und die Umgebung und Fahrzeuge verschmutzt, ist sehr groß. Der Abdeck- und Abklebeaufwand wird wegen des Farbnebels als zu hoch eingeschätzt. Storch hat eine Arbeitstechnik für Airless Geräte entwickelt, mit der Sie nahezu farbnebelfrei in Innenräumen und im Außenbereich an Fassaden arbeiten. LEOS Less Overspray System Das Storch-System für die nahezu nebelfreie Beschichtung mit Airless Geräten Das Storch-System LEOS für nebelarmes Airless Spritzen an Fassaden besteht aus einer Storch Airless Kolbenpumpe LP540 mit der erforderlichen Leistung für Fassadenarbeiten, einer 45 cm langen Stabverlängerung mit Schwenkkopf und Düsenhalter, einer Düse mit großer Öffnung 431 zur Fassadenbeschichtung, einer L-50 Pistole für Stabverlängerungen. Kein Mehraufwand bei Abdeckarbeiten. Das Abdecken und Abkleben wird in gewohnter Weise wie beim Auftrag mit Farbwalzen durchgeführt. Jetzt kommt LEOS zum Einsatz. Verarbeitet werden alle gängigen Airless-tauglichen Beschichtungsmaterialien. Das Airless-Gerät wird abhängig vom Material auf einen Arbeitsdruck von ca. 60 bis maximal 100 Bar eingestellt. Ein Anwender trägt die Farbe mit dem Airless-Gerät auf. Spritzabstand zur Wand ca. 10 bis 15 cm, optimalerweise mit einem Spritzwinkel von 90 Grad zur Oberfläche. So entsteht nahezu kein Farbnebel. Ein zweiter Anwender übernimmt die Beschneiderarbeiten und verschlichtet die aufgetragene Farbe mit einer Walze. Durch die richtige Anwendungstechnik, die richtige Geräteeinstellung und das richtige Zubehör ist gewährleistet, dass eine Fassade rationell, anwendungsfreundlich und nahezu ohne Farbnebel beschichtet wird. Die Arbeitstechnik mit Storch LEOS bringt bereits bei Beschichtungsflächen ab 100 Quadratmetern eine Zeitersparnis von 50%. Die Vorteile beim Einsatz von Storch LEOS Leos Less Overspray System Das Storch Airless System für die nebelarme Beschichtung im Innenbereich und an Fassaden. Rationell, kostensparend, nahezu farbnebelfrei. Leos von Storch Den Vorsprung hole ich mir. Den Vorsprung bullying. Den Vorsprung